Wir kriegen aber Garnieriter, da kriegen wir Nickel raus, das ist zu grünlich. Mal gucken, haben wir das? Ja, finde ich nicht, aber ich würde tendenziell sagen, dass es reicht. Wir müssen gleich mal ausprobieren, wenn wir jetzt alle angeschlossen haben. Hast du schon... Achso. Guck aber erstmal, dass du jetzt das so machst, wie es ist. Drüben, die Sachen werden wir stückweise umziehen. Wir müssen aber halt erstmal, bitte? Die x8 Kabel. Ja, ich brauche Kabels. Wie, sind die schon wieder alle? Ja, ein Ding zieht 32 Kabels oder sowas. Wollen wir mal kurz ein bisschen Weizen? Ja, kann man machen. 16 Kabels hat einen sozusagen, aber es bringt halt auch nicht Weizen. Nein. Ja, da reichen ja 2 Stacks für ein paar Schatten. Was soll der gar nicht? 4 Stacks. Die andere Maus. Ach, die ist das ab. Die kann das ab. Das ist ja eine Gaming-Maus. Die muss das abkönnen. Gar nicht wissen, wie ich eine Minecraft PvP-Zeiten mit der Maus aus Gras tun. Ach du Schande, ey. Ey, das kann doch nicht sein, dass wir so viele Seeds bekommen. Wir müssen mal echt irgendwie eine Farm bauen. Von Forestry oder irgendwas. Könnten wir uns vielleicht für nächste Woche aufsparen. Oh, jetzt wird es schon langsam, aber meine Finger können nicht mehr. Können wir uns für nächste Woche aufsparen, falls du weißt, was ich meine. So, anderthalb Stacks. Ich kann nicht mehr. So. Dann, hallo Schäfchen. Fütterst du den Füttern in der See? Boah, das ist so... Warum ist hier ein weißes Schaf? Ja, wird ja auch nicht. Fütter das nicht. Ja, doch. Nein! Das hat nämlich jetzt einen grauen, hellgrauen Fack. Anstatt dass du einfach einen Ink-Sack holst und die wieder neu einfärbst. Umbringen. Äh, viereinhalb Minuten, okay. Guck mal hinter dir. Pony. Meine Fester würde jetzt im Wintermutter... Tom, du darfst das nicht aufreißen. Ich wusste nicht mal, dass es Ponys gibt. Hä, bist du blöd? Da gibt's kleine Pferde. Es gibt von jedem hier, glaube ich, kleine. Also Babys. Hä, ich hab noch nie Pferde benutzt. So. Glaub ich auch nicht, oder? Ähm, das Problem ist nur, wir brauchen halt unmenschlich viel an Öfen. Oh, Iridium kriegen wir ja raus. Ja. Was für ein bisschen... Äh, ja. Also wir wollen ja zumindestens schmelzen, sollten wir schon mal. Das wäre, glaube ich, schon mal ganz sinnvoll, behaupte ich mal. Marinschar... Ach so, scheiße. Hä, wir können, äh, Seelatern benutzen. Das ist voll hübsch im Konkret. Das ist mal Beleuchtung. Wenn wir hier... Wir kriegen, äh, wir müssen dann die Charts raus. Und die Charts kann man auch klein crushen zu den Crystals, dann kann man Seelatern machen. Gut, dass ich nicht gegen die Wand rede. Hast du niemals gesagt, oder? Nö. Gut. Warum sind hier Garnit-Chunks drin, ne? Habe ich sie mit Absicht reingepackt, weil ich sie brauche. Das ist nicht, weil ich sie einfach da reingepackt habe. Ja, ich kann's auch bei mir in der Kiste reinmachen, wenn du willst. Wenn's nicht befreit. Ja. So. Äh, ich brauche noch ein paar Rooted Pipes. Ähm... Wie spät ist das denn? Ach so, 12 Uhr 12. Ne. 12 Uhr 12? Ja. Ja, ja. Können wir noch ein paar Stimmchen ziehen. Hm. 12 Uhr 12. Äh, ich hab's auch nicht gerne. Das ist so wie sie nicht. 12 Uhr 11, ey. Das fällt mir nur ein. So. 20 Uhr 12. Vier Stück. Ja. Also... Wir brauchen noch Stock-Keeper-Chips. Wir brauchen Extractor-Chips. Was haben wir denn noch da? Da hinten ist noch da hinten. Ist noch ein Schatz. Item Extractor Stock-Keeper. Haben wir sogar noch da. Das heißt, wir könnten sogar noch anfangen mit der direkten Erzverarbeitung. Von den wichtigen Sachen zumindest. Ja. Das wäre ganz geil. Hm. Du müsstest dann aber noch einmal einen Responder und Broadcaster machen. Weil ich würde dann die Anlage hier drüben nicht abreißen und umziehen. Habe ich keinen Bock drauf. Um ehrlich zu sein. Und solltest du nicht abreißen? Ich hab grad... Also, ein Item Responder und einen Broadcaster-Chip brauchen wir noch. Damit wir halt den zweiten Drawer anschließen können. Oder den nächsten Drawer. Nein, extra... Nee, kein nächstes. Und wir brauchen noch einen Drawer-Controller. Ja, kein Problem. Der kostet ja nichts. Okay. Wenn du das hinkriest, das wäre super. Oh na... Nein, das Redstone reicht nicht mehr aus. Oh, shit. Gar kein Redstone mehr. Ich weiß es nicht. Das wäre gut schon für eine Flüchtung, ja. 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 Nein, man... Ja, gut. Da kann man schon Stack-weise erstellen, den... Was? Den Controller. Gut. Die guten Prozessoren würden da vielleicht irgendwann warten, aber... Äh, dann bitte nicht. Ich will keinen Stack bauen. Ja. Brauchen wir auch nicht. Wenn wir überhaupt mal einen Stack bauen. Pfff. Ich habe noch nicht mal in allen Minecraft-Projekten zusammen einen Stack verbaut von den Dingern. Na gut, das habe ich schon geschafft. Ja, gut. Du hast aber auch ein bisschen andere Spielweisen als ich. Um es mal so zu nennen. Ja... Äh... Ich würde schon sagen, dass ich glaube ich ein bisschen extremer war. Das sowieso. Achso. Controller. Ich brauche Redstone. Haben wir irgendwo noch... Was braucht die für ein Responsorship? Ein Responder, also einen orangenen und einen lilanen. Ein dynamic item. Den normalen. Wer ist denn lila da? Broadcaster. What. Krass. Aber ich glaube jetzt, dass wir das plus die Filterung entdeckt haben. Das wirft uns einfach so vorwärts. Ja. Wie viel Zeit wir uns einfach oder Aufwand wir uns gespart hätten, wenn wir das früher gesehen hätten. Wir haben jetzt doch genau eins sehr gut. Electronic Circuits. Äh, ja. Pff. Das ist jetzt nicht so die Welt. Aber keine Magenta Illuminar mehr. Welcome back. So. WB. Äh... So. Centrifuge. Haben wir irgendwo eigentlich... Red... Ah, wir haben Redstone Ore rausbekommen sogar. Äh, das ist... Ich hab's auf jeden Glück. Äh, das ist... Trehaträte... Wieso? Hallo? Ich brauche zwei mal zwei Red Alloy und zwei mal eins Red Alloy. Ich hatte genau sechs mal eins Red Alloy Kabel. Okay. Das ist wirklich Lack. So. Ich hab schon gewusst, dass ich das alles schon vorbereitet habe. Ja. Definitiv. Ja. Das kann ich mir auch alles merken. Uh, wir haben sogar ein Pure Pile of Redstone sogar noch da. So. Und das wären... Haben wir keine von den anderen Chips mehr? Oder hast du die? All diese Null? Welche? Ne. Da haben wir keine mehr von. Wah. Ja, das hat leider nicht gereicht. Also das... Da hab ich... Die letzten fünf hab ich genau verbraucht. Gut. Sag mal. Magenta geht wie... Lapis, Rot und Big. Ja. Oh ne. Äh, von den Dingern könnten wir aber eigentlich mal gucken. Vielleicht nen ganzen Stack mal zu machen. Bauen wir Lapis, Rot. Also Lapis? Äh... Gold... Aber Rot? Ein bisschen, aber nicht viel. Braucht nur... Zehn oder so? Müsste in der Chest hier drüben liegen. Acht Stück. Äh... Zehn brauchst du gar nicht. Du brauchst zwei Stück für ein... Ja, ich hab nur gehandelt. Ja, acht Stück müssten genau reichen. Ne, ich hab gleich 20 mal Magenta-Farbe gemacht. Ach so. Müsste auch in der Kiste sein. Ja, aber... Kaum noch was. Stahl... Screws... Ah ne, ich brauch nur diese... Null Chips da. Äh, bau ich dir grad. Ach so gut. Weil ich da gleich nen ganzen Stack wieder davon bauen will. Mach das. Brauchen wir ja sowieso. Deswegen. Soll ich dir was helfen? Goldkabel hast du alles? Äh, ich warte jetzt eigentlich nur auf die Goldkabel. Oh, gut. Weil ich die halt ungerne selber bauen möchte. Ach Quatsch. Kannst du ja durch die Bending-Maschinen... Oh, war ja milder. Da ist das Ding. Ja, wir müssen jetzt halt nur noch warten bis ich noch einen Stack habe. Außer haben hier vielleicht noch welche zufällig. Acht Stück. Gut, das ist jetzt nicht so viel. Äh, dann müssen wir noch mal kurz warten. Äh, du könntest... Ja, wir brauchen auch wieder Turbinen und alles gleich. Mhhh. Ach so. Aber mit der Siebellage können wir ja theoretisch immer auf LV bleiben, oder? Zumindest erstmal ja. Also warum bräuchten wir höher? Es kommt drauf an, ich weiß halt nicht, was für Mengen wir später noch brauchen, weil... Wenn wir jetzt schon drei von den einfachsten Schaltkreisen für einen von den besseren brauchen... Ja. Ich geh davon aus, es wird immer mehr. Ich weiß, man braucht später vielleicht 106 für einen den besten, aber... Guck mal, was da rauskommt. Wie gesagt, ich weiß es halt nicht. Ja. Deswegen. So. Und soweit hat leider noch keiner gespielt. Und vor allem nicht in der neuen Version hier. Naja. Wo kein Turbine Expansion drauf ist, wo man ein Item-Dubes nehmen kann und filtern und... Und in das viel Forgoing und... Äh... Äh... Ach da. So, also ich hab zwei Öfen. Das muss erstmal reichen. Ach so, die ja. Die sind gleich fertig, oder? Ja. So, dann haben wir hier noch Hopper. Eine Bronze-Chest bräuchten wir nochmal. Hier ist eine Freiwillige. Äh... Den haben wir halt bis zum nächsten Mal keine Probleme. Ja. Du könntest schon mal ein paar Upgrades bauen prinzipiell. Was für Upgrades? Woid. Da hab ich schon drei Stacks. Okay. Und ein paar Stahl. Für die wichtigen Sachen. Ja. Also das, was wir quasi verarbeiten, würde ich dann halt gerne direkt als Stahl reinballern. Als Endprodukt aber. Ja. Ja. Äh... Ja, also sowas wie Eisen beispielsweise. Ja. Die wichtigen Erze, weil der Rest ist... Stahl ist mir grad wirklich noch ein bisschen wertvoll. Dass wir da für jedes Upgrade, was man... Nö, also... Zinn, Kupfer, Bronze... Ich werd einfach mal 16 Stahl-Upgrades machen. Ja. Das sollte locker reichen. Also wir müssen ja auch nicht so viel haben. Drei Stahl-Upgrades sind schon 20.000 Items. Ja. Und zwei Stück oder einer? Einer ist mal... Warte mal. Stahl-Rage-Upgrade. Einer ist mal drei. Das heißt, man hat am Anfang tausend. Dann dreitausend. Neuntausend. Zehntausend. So was um den Dreh. Ich würd zwei oder drei Stahl reinmachen. Ja, einer reicht erst mal. Mach mal zwei. Also zur Not, mein ich. Mach mal zwei. So. Äh, ein Stack-Prozessoren sind... Äh, Logic-Chips sind wieder fertig. Ich nehme zwei. Oder packst du die rein? Habe ich reingepackt direkt. Äh, ja. Also wie gesagt, ich würd halt erst mal nur zwei Furnace aufstellen. Ich weiß gar nicht, wie viel verbrauchen die eigentlich an Strom. Wenn ich ganz da... Hä? Was soll das Illuminar... Ach, wir haben auch gar kein Orange Illuminar. Scheiße. Nein. Wir brauchen Rot. Kannst du vielleicht noch ein bisschen Rot-Beeto machen? Klar. Warte mal, Orange haben wir doch hier noch, oder? Äh. Äh. Ich brauch noch... Wo ist denn die Kammer? Hast du... Na so. Äh. Ja, mir fehlt tatsächlich nur Rot. Ja, ich mach schon. Das ist immer blöd. Ja, ich mach schon. Ja, wir machen, äh, nächste Woche da einfach mal ne Farm. Irgendwas von beiden. Ja, hier. Mach einmal... Ich hab wieder... Oh. Da hast du dein Rot. Oh, die haben wir im Haus wieder. Wir müssen uns doch mal irgendwas überlegen, wo wir die Seeds hinkriegen. Also das ist echt blöd, dass man da so viele Seeds rausbekommt, aber nicht mehr von der Pflanze. Leider. Stell dir mal vor, Magical Crops hier noch. Oh. Das wäre echt mächtig. Wisst ihr, wer meinste? Eigentlich halt schon länger. Ja, genau. Und das wär... Ich glaub, das würde alles sprengen. Hier, kriegst du gar noch ne Poppy. Das wäre viel zu, danke. Das wäre viel zu mächtig. Ah, weiß ich gar nicht. Das ist halt irgendwie das ganze Prinzip, glaub ich... Hä? Also... Ich meinte halt einfach nur, dass wir sowas wie die Poppys hochzüchten können. Achso. Oder die Farben. Ja. Können wir halt über Bienen eh dann schauen. Davon mal abgesehen. Ja, aber... Ja. Wäre wahrscheinlich auch mal ganz sinnvoll. Danke. Dann können wir jetzt alles anschließen. Ja. Draw? Äh, ne, können wir nicht. Ich habe zu wenig... Ups. Äh... Zu wenig ups? Ja, leck. Ich habe vielleicht ein bisschen zu viel Crushed Redstone gemacht. Ein... Warum habe ich Bienen im Moment? Weiß ich nicht. Hast du noch einen Stahlplatten? Zufälligerweise. Ne. Okay. Äh... Äh... Das brauche ich denn gerade mal nicht mehr. Ach, schützt du. Du kannst mir auch was geben, falls ich habe gerade leeres... Halbleeres im Moment. Äh... Äh... Ja, ich wäre jetzt halt... Das muss nochmal durch den Hammer... Ja. Shit. So. War los noch eine Schlagplatte. Ehh... Das ist nervig. So. Ich brauche halt noch ein bisschen Redstone. Alles gut. Alles gut. Wollen wir mal hier oben irgendwo ne... Wasserquellen aufstellen anstatt unten? Das wäre eigentlich tatsächlich besser, ja. Wobei, haben wir hier oben irgendwo ne Wasserquelle noch? Ich weiß nicht. Oh, die Säge ist kaputt. Ne. Doch nicht, oder? Äh... Äh... Na ne. So... Dann machst du sicherlich noch ne Drum, oder? Nein. Dann nehmen wir nen Hopper. So. Ich habe jetzt 36 Void Upgrades, 16 normale Upgrades. Äh... Warte, was haben wir jetzt noch den nächsten Storage? Stainless Steel. Warum ist da Steam dran, oder? Stainless Steel war doch tausendmal einfacher, wa? Theoretisch. Ne. Stainless Steel dafür bräuchten wir Chrom und Manganese in großen... Aber du kriegst halt immer neun Rast. Das ist ja eigentlich theoretisch einfacher. Ja gut, das dauert. Ach. Zeit ist das nerviger. Chrom haben wir aber auch irgendwas bekommen, wa? Auf Ruby Duster. Äh... Ne, 60er. Ah, gut. Wir müssen... Also, ich würde übrigens auch die Maschinen, die wir denn umziehen, würde ich in den Hub reinmachen. Das heißt, dass wir die Maschinen quasi so außenrum haben und in der Mitte die Kisten. Und da würde ich nur MV nehmen. Ja. Also, ich würde da gar nicht erst anfangen. Warum ist denn so hellgrünes Schaf? Hä? 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 Äh... Wie krieg ich das? Ja, wobei in der Smash ist glaube ich schneller. So, einmal brauche ich grad nicht mehr Redstone. Äh. Ach shit, da ist noch Kupfer drin und Bronze. Egal, Red Alloy brauchen wir eh. Ich brauche halt noch Redstone. Aber das läuft ja noch durch, wa? Ja, ich habe jetzt gerade mal Redstone reingeschmissen. Ja, wie gesagt, du kannst unten mal den Kram ausgießen. Welch? Ach so, aber ja. Schmeiß oder das? Smetri. Da drin? Wir brauchen halt wieder jede Menge... Warum schmeiß ich eigentlich keine... Ach so, aber red alloy oder was? Nein. Redstone brauche ich wirklich. Ach so, du machst aber Red alloy. Ich weiß, weil da noch Kupfer drin ist. Ja. Deswegen meine ich halt, dass du es ausgießen sollst. Aber ist in Ordnung. Red alloy brauchen wir eh. Tja. Aber sowas... Bronze... Kann ich mal Bronze nach unten machen? Du bist gerade gar nicht da, doch. Klar. Äh, jetzt. Ja, dann können wir es auch rausgießen. Äh, wo willst du das denn reinpacken? Äh, ich mache das nicht mehr mit den Casting Tablet. Ich schmeiße das in den Ingetformer hinten rein. Das geht tausendmal schneller. Ah, okay, wenn das geht. Willst du mal runterkommen, bitte? Leicht überfüllten Kabel angucken. Ja. Aber es treibt halt nichts zurück noch nicht. Doch, doch. Oder? Nee. Tatsächlich nicht. Das wäre rot dann, wenn es zurücktreiben würde und nicht so schnell. Ja, das wäre langsamer. Aber wenn du da hinten bist, kannst du mal die Pufferchest angucken. Ja, die ist voll mit Sandzeug. Ist sie komplett voll oder ist noch Platz? Zwei rein sind noch Platz. Ja gut, dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Es ist auch ein Stack Diamond auch schon drin. Ja. Also ich würde einfach mit diesem Dust- oder Sandzeug anfangen. Ja. Und den Rest würde ich dann erstmal noch wieder hier rüber schleppen und hier einfach mit anschließen. Gerne. Und dann müssen wir halt stückweise hier alle Draw mehr oder weniger durchgehen und wegschmeißen. Oder halt leer machen lassen. So. Wie sieht es denn hier aus? Äh, ja. Redstone ist dran. Draw. Hier ist der Letzte. Äh. Eventuell habe ich ein bisschen zu viel Redstone reingeschmissen. Hast du Lust das leer zu machen? Was heißt es zu viel? Jetzt ist das gute Schaf. Mehr als eine Drum? Ja, das ist nicht so schlimm. Oh. Ich hole mir das Redstone da raus, dass noch einer schmerzt. Das schmerzt wie es. Ja. Hier einmal. Wohin? Wohin? Wohin?